Peter Arnold Als nächster Vortrag hören wir Peter Arnold. Peter Arnold ist ein bisschen ein spezieller Mensch. Er wohnt schon seit 53 Jahren in Neuseeland und ist im Moment in der Schweiz, in der Juntenfee. Er ist also mit zwölf Jahren ausgewandelt. Er singt darum auch von einem anderen, spezieller Mensch, von Rudi Rima Anandujo, der Äschi Jutz. Frisch, frei und direkt aus dem Herz, so eine begnadete Stimme, zuchtbar als er bei uns auf der Bühnenstadt. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Er singt. 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 Musik 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 Musik